Willkommen bei Blockreporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährung. Herzlich willkommen zur neuen Bitcoin-Chart-Analyse. Hinter mir siehst du schon den Bitcoin-Chart und ich habe es ja schon in der Telegram-Gruppe gesagt, Link unten in der Videobeschreibung. Wir hatten hier einen wunderschönen doppelten Boden, der sich gebildet hat. Danach ging es eben hier auf unsere wichtige Linie nach oben. Welche Kurse sich jetzt anbahnen, welche Formation möglich ist, welches Risiko vor allen Dingen besteht, alle Infos in diesem Video, viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Schön dich auch bei dieser Bitcoin-Chart-Analyse begrüßen zu dürfen und wir fangen nämlich auch direkt an. Wenn du mit dabei sein möchtest, dann komm doch zu uns in die Telegram-Gruppe. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Join us, teile deine Charts mit uns und frag deine Fragen. Wir sind immer für dich da und wir machen jetzt erstmal hier weiter. So, im Intro habe ich es ja schon gesagt, unser doppelter Boden, der jetzt hier leider nicht sehr viel gebracht hat. Aber es zeigt uns ganz deutlich, welchen Trend wir hier angehen. Also erstens wird sich hier ein Abwärtstrend bilden, den wir noch nicht mal ganz erreicht haben. Also das können wir hier erstmal lassen. Wichtiger ist, was jetzt hier droht, wenn man so möchte, beziehungsweise sieht man hier, kann ich vielleicht einzeichnen. Wir haben hier etwas, hier bildet sich etwas und hier auch. Das wäre nämlich ein Head & Shoulders, was sich hier bildet. Unser Support bei 60.488 bei einem aktuellen Kurs von 62.526 US-Dollar, der muss halten. Ansonsten hätten wir ein Head & Shoulders und das könnte uns, ich sage immer könnte, also das Potenzial besteht, muss nicht ganz runterkrachen. Man weiß ja, das, was hoch geht bis zur Neckline, könnte potenziell dann auch den Abwärtstrend bestimmen, so einer Head & Shoulders-Formation. Das gleiche gibt es zum Beispiel auch, wenn man das umgedreht hat. Das heißt, man hat ein Reverse Head & Shoulders, da geht man auch bis zur Neckline und das geht dann auch nach oben. Sieht ein bisschen aus wie ein Schwert, egal. Das würde uns, du siehst es hier, wieder zu unseren 50.000 ungefähr zurückbringen. Ja, man müsste es jetzt hier nochmal ordentlich mit dran machen, aber wir sehen schon, einfach zum Orten der Region, in der wir droppen, oder in die der Kurs droppen könnte. Wir gehen jetzt mal kurz ins Weekly und schauen uns das Gebilde nochmal an, um sicher zu gehen, damit wir auch den Kurs erwischen. Ja, also werden wir hier kürzlich unseren Support haben, auf einem Kurs von, wir machen auch grün, damit wir es sehen. Zack, 54.600 und 57. Gehen wir jetzt mal in den Daily Chart und gucken uns das an, dann macht das immer noch hier Sinn. Wir haben eben gesehen, dass wir hier unsere Head & Shoulders Formation haben. Wir können gerne auch nochmal in den 4-Stunden-Chart, da sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Beziehungsweise TradingView hat doch bestimmt hier auch irgendein Tool, wo man diesen Head & Shoulders einzeichnen kann. Head & Shoulders, sag ich doch. Dann kann man nämlich hier das Ganze wunderbar ziehen. Und dann siehst du, was ich meine, linke Schulter, den Kopf und dann die rechte Schulter. So, diese Formation könnte sich ausbilden. Warum nochmal? Weil wir hier eben unseren Widerstand, der es jetzt hier war, ich will gerne rot einzeichnen, damit es deutlicher wird, jetzt unterschritten haben. Nachdem der Ausbruch erfolgt, ist sofort der Abverkauf wieder drunter. Die jetzige 4-Stunden-Kerze, die jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, ein bisschen früher heute, noch 1 Stunde 25 läuft, mal schauen. Also der Daily Close hier drunter, also unter 62.470, würde höchstwahrscheinlich bedeuten, dass wir eben auf diese 60.488 runter droppen. Wenn der nicht hält, würde das wahrscheinlich hier erstmal auf die 67 oder 57 hier runter droppen, aber höchstwahrscheinlich relativ schnell dann runter zu den 54.657 US-Dollar. So, ganz zum Schluss nochmal ganz schnell die Standardindikatoren dazu, wenn wir uns das anschauen. Im 4-Stunden-Chart sieht es auch nicht gut aus. Hier wechseln wir auch in den bärischen Bereich. Der RSI relativ entspannt im 4-Stunden-Chart bei 50.27. Also noch entspannter geht es fast gar nicht, denn er ist dann bei 50.0. Im Daily-Chart sehen wir auch erstmal einen Bruch, eine Trendwende, der auch bärisch ist. Also auch die Zeichen sehen hier nicht so cool aus. Jetzt gucken wir hier, aber hier immer noch richtig gut unser Weekly-Chart im MACD und im RSI. Also hier ist doch nicht Hopfen und Malz verloren. Hier brauchen wir gar nicht hinzugucken. Wir lassen erstmal die Indikatoren jetzt weg. Also im Prinzip nochmal das bestätigt oder zumindest nicht widerlegt, sagen wir es mal so, was ich jetzt die paar Minuten gesagt habe. Ein Head & Show, das könnte sich hier ausbilden. Das habe ich schon vorne mir schon fast gedacht. Jetzt wird es immer wahrscheinlicher. Deswegen mache ich auch jetzt das Video dazu. Wir müssen einfach abwarten und aufpassen. Wie gesagt, du hast jetzt unseren Widerstand, du hast unseren Support, die Wahrscheinlichkeiten, wohin die Reise gehen sollte. Also pass bitte auf, auf den Chart, was der macht. Es wird auf jeden Fall spannend. Lass ein kostenloses Abo da. Das ist nie verkehrt. Denn nur so können wir die Reise gemeinsam gehen und schauen, wo der Kurs noch hingeht. Und vielleicht sehen wir dieses Jahr tatsächlich noch die 100.000 US-Dollar beim Bitcoin. Schreib es mir gerne in die Kommentare, wie du das siehst. Ansonsten gerne einen Daumen hoch da lassen für das Video. Ein Like ist halt nie verkehrt. Ein kostenloses Abo habe ich, glaube ich, noch nicht 50.000 Mal erwähnt. Und wir sehen uns bei der nächsten Chartanalyse. Mach's gut.